Zur Geburt von Jesus war alles in Bewegung. Der Evangelist Lukas erzählt, wie sich die Hirten vom Feld aufmachten. Sie wollten unbedingt den Erlöser sehen, der ihnen von den Engeln angekündigt worden war. Matthäus berichtet von den Magiern. Wir nennen sie heute die drei Könige. Sie brachen schon viel früher auf. Sie waren getrieben von der Sehnsucht, den neugeborenen jüdischen König zu sehen. Auch heute gilt, Gott suchen heisst sich aufmachen, seiner Sehnsucht folgen. Das gilt für alle, für jede und jeden Einzelnen und für die ganze Kirche. Es braucht Mut. Fürchtet euch nicht, rufen die Engel den Hirten zu. Macht euch auf. Es braucht ein genaues Hinhören auf den Willen Gottes. Die Unterscheidung der Geister. So müssen die Magier, die Könige, einen anderen Rückweg wählen, weil die weltliche Obrigkeit sie umbringen wollte. Aufbruch, Mut, genaues Hinhören, was damals bei der Geburt von Jesus Christus zentral war, gilt bis heute. Machen wir uns auf, hören wir aufeinander, hören wir auf den Heiligen Geist. Gestalten wir die Kirche synodal über diesen Umfrageprozess hinaus. Dann kann Christus, dann kann sein Geist in uns und durch uns und durch die Kirche wirken. Frohe Weihnachten!